Was wir heute für das Workout brauchen, wäre ein Schuh, eine Wand und irgendeine Pull-Up Vorrichtung. Also entweder ein Stuhl mit einer Stange dazwischen, die gut fixieren, oder am Tisch, oder wer natürlich hat, eine Pull-Up Bar. Herzlich Willkommen zum Pro-Workout Nummer 38 mit Coach Sara von Wendek Crossfit. Und wir starten. Und zwar, da mal zuerst Fussgelenke kreisen, 10 mal jede Richtung, dann der andere Fuß. Kniegelenke kreisen, 10 mal A-Richtung, 10 mal andere Richtung. Bein, Fuß, Hüfte, Schwung, Fuß, Vor- und Zurück schwingen, 10 mal. Und dann 5 große Kreise nach außen, 5 große Kreise von außen nach innen. Und dann haben wir 10 mal Arm kreisen vorwärts, 10 mal rückwärts. Hatsche Richtung bei mir. Gut. Dann legt ihr euch ein Seil am Boden an und hupfen 10 mal rechts, links, drüber. Also einfach. Und dann haben wir 10 klein gedrückt, das heißt, wir gehen im Unterarm stütz und gehen mit der Hüfte rechts und links tief. Und dann haben wir 10 Hohen. Wir haben mit euch einen Schuh. Können wir heute auch mal starten. Und machen einen Türkisch-Gerab rechts, einen Türkisch-Gerab links, links Schuh. Optional mit Klobund. Schauen wir, dass der Arm immer schön zur Decke geht. Blick bis zu den Schuh. Okay. Dann haben wir 4 Blöcke. Auch 2 Übungen. Das heißt, jeder Block kommt 4 mal. Besteht aus 2 Übungen. Dann ist es 2 Minuten Pause. Okay. Block Nummer 1. Machen wir 30 Sekunden Skater Jump. Wir springen von rechts nach links. Können mit oder ohne Boden. 30 Sekunden. Und dann, wenn wir vor dem Fuß starten, 30 Sekunden halten. Wenn wir 30 Sekunden springen. Und dann 30 Sekunden halten, anderes Bein. 30 Sekunden springen. 30 Sekunden halten. 30 Sekunden halten. 30 Sekunden springen. Block Nummer 2. Leg. Knee slide. Das ist die rechte Position. Knie nach vorne. Hoch. Tief. So. Immer zur selben Seite. Zurück. Dann 30 Sekunden halten. Dann andere Bein. Vor. Hoch. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Hoch. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Knie beim Ellbogen halten. Block Nummer 3. Haben wir Squat Jumps und Wall Sit Toad. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Immer. Dann Squat Jumps. Schön hoch springen. Und 30 Sekunden. an die Wand an die Wand sitzen. Dann wieder direkt die nächsten Squat Jumps. Und direkt wieder an die Wand sitzen. Letzter Block. Pull Laps. Und chin over the bottom. Als kleiner Finisher machen wir noch ein 10 Minuten E-Mom. Jede Minute wenn die Uhr piepst. Einen Wall Climber. In der ersten Minute machen wir noch ein Shoot Toast Sit-ups. Wenn es wieder piepst. Einen Wall Climber. Burpees. Wall Climber Shoot Toast Sit-ups. Wall Climber Burpees. Das heißt, ich schaue folgendermaßen aus. Piep. Das wäre eine Rückenlage. Bein und recht mit dem Knochen hoch. Hopp. 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 Piep. 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 Und��. Wir wünschen euch viel Spaß. Und hofft, wir sehen uns um 18.15 Uhr. 15.